Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft mit dem Dimensional Dive Mod. So, ich habe hier zwei Mods reingetan. Zuerst einmal FastCraft, das ist ein Mod wo die Lags, also manchmal wenn zu viele Objekte gespawnt werden, dass es manchmal ein bisschen laggt, weg macht. Und, ähm, Palm, äh, nein, nicht Palm Service Craft, ähm, Vila Harvest Ability, damit man sieht, wie weit die gewachsen sind und welche Erze man abbauen kann mit der momentanen Spitzhacke. Und wir haben ja eine Iron Spitzhacke, das ist sehr gut. Ähm, ich müsste mal schauen, das ist Matur. Aber das gibt gar nichts. Okay, also haben wir hier noch nicht viel... Wo war das Rote? Ah, das ist Farmnot. Nun gut. Dann gehen wir ein bisschen minen. Wir haben ja jetzt eine Eisenspitzhacke. Ähm, ich möchte noch kurz ein Schwert machen. Schwerte brauchen wir schon. Gut. So. Weiter Mods kommen dann später noch ein bisschen hinein. Wenn es noch recht gute Mods gibt, die halt einfach passen. So. Also und zwar holen wir uns das Eisen. und ähm, ähm, anderes Zeugs. Ja, das geht jetzt. Eisen mit Eisen abbauen. Merke. Heh. Das hier. Magnesium könnten wir mitnehmen. So. Dann ist hier Aluminium, ja. Auch mitnehmen. Die Infused Stone brauchen wir auch. Ich glaube, das kann man dann später auch besser abbauen irgendwie. Wieso ist jetzt hier ein Block nachgewachsen? Hm. Kohle. Sehr schön. Die können wir jetzt auch abbauen. Wenn Kohle nur mit Jumpman Spitzhack abbauen wäre, dann würden wir ein Problem haben. Ach so geht es ja. So. In den nächsten paar Parts werden wir uns dann mit, ähm, Foundcraft und, äh, Tinkers Construct auseinandersetzen. Ähm. Weil, ja, ich habe mich ein bisschen erkundigt. Auch Megacoolman hat mich noch ein bisschen, hat mir noch ein bisschen geholfen. Ähm. Weil das ja zwei Mods sind, die einfach sehr wichtig sind. Und die auch recht spannend sind. Dafür muss man halt einfach etwas lernen. Aber das kann ich ja, habe ich ja jetzt schon ein bisschen angefangen. So, Kupfer melden wir auch mit. Ich esse jetzt gerade nicht gerade, wo das andere Eisen noch ist. Das bräuchten wir eigentlich noch. Hm. Das ist Diorite, okay. Von welchem Mod? Chisel 2. Haha. Die haben das einfach mal eingefügt. So freche. Freche, Leute. So, Metallurgie 4. Da muss ich auch noch ein bisschen lernen. Das scheint auch noch ein bisschen, ähm, kompliziert zu sein. Irgendwie spackt das momentan ein bisschen herum. Keine Ahnung, wie soll die Blöcke sich manchmal wieder aufbauen. Ist es nicht schon wieder dieser Mod, wo intern es selber macht? Ich hoffe nicht, weil die lecken. So, dasselbe nehmen wir natürlich auch mit. Hier haben wir Eisenerz. Auch gut. Oh, das ist eine Kugelstumme. Ja, wir holen bald nochmal ein paar Kühe. So. Als nächstes direkt mal ein Ding machen. Ein Gehege. Die Kühe ansperren. So. Also. Wir gehen nach oben. Schauen mal, wo die Kuh gestorben ist. Denen geht es relativ gut ab. Die haben zu hell. Wie soll ich das am besten machen, dass sie sie nicht zu hell haben? So haben sie wieder zu hell. Hm, keine Ahnung. Lichtpack. So. Wir machen hier noch ein paar Fackeln hin. Einfach damit nehmen wir nicht zu viele Monster spawnen. Also die hat noch überlebt. Es gab aber zwei Kühe. Gibt es hier keinen Loot irgendwo. Oder wenigstens Erfahrung. Hm. Also. Was machen wir? Eisenerz und Silben. Ja, noch nichts. Sonst. So. Wir brauchen zuerst mal ein paar Sticks für Zäune. Ich glaube die gehen noch so die Zäune. Ja. Dann habe ich das richtig. So. Haben wir Wohle. Wir haben Wohle gesammelt. Ah nein. Wir haben eine Wohle zu wenig. Aber eine Schere haben wir doch. Wo ist die Schere? Da. So. Dann. Machen wir das direkt mal. Ja. Es lag dem. Also es. Es ist so verzögert irgendwie. Das ist ein bisschen blöd. Ähm. Wo ist ein Schaf? Hier waren doch die Schafe. Da. Ja. So. Das da drüben ist ein Magic Forest. Und da können wir dann noch etwas Gutes machen. Ähm. Für die Fauncraft. Ähm. Haben wir hier ein paar. Ähm. Sechsund. Achtzig. Nun gut. Ähm. Wir machen jetzt mal die Zäune hin. Nein. Wir brauchen halt viel Platz. Jetzt. Ich mach's mal hier nicht allzu weit nach hinten. und machen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Machen das so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nein. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Ja. Dann geht das direkt auf. So. Das ist das Hu-Kuh-Gehäge. Die Schafe brauchen wir noch nicht. Ähm. Ich muss da aber noch aufmachen. Wir haben noch gar keinen Weizen angepflanzt, oder? Okay. Wir müssen Weizenkörner finden. Die sind sehr selten. Weil die anderen Körner natürlich den Platz auch wegnehmen. Okay. Einen haben wir schon. Aber wir möchten ein bisschen mehr. Gut, Kühe. Wir müssen noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen länger überleben. Ähm. Weizenkörner machen wir mal am besten hier außen. Dann sehen wir gerade was Weizen ist. Die geben gar nichts. Müssen wir das mit einem anderen Ding abmachen. Mit einem Werkzeug oder so. So. Ähm. Weizenkörner. Noch mehr Weizenkörner. Hm. Noch mehr Weizenkörner. Gut. Und das Huhn, das folgt uns natürlich. Wir machen einen Graben für Hühne. Zum Beispiel hier drin. Haben wir eine Schaufel. Wir machen einen schönen Graben für die Hühne. Ja. Das war kurzer Leck. Ähm. Wie könnten wir jetzt das machen? Wir brauchen eine Leiter. Also geh du mal schon mal rein. So. Dann nehmen wir kurz die Erde mit. Und pflanzen sie hier wieder hin. So. Dann gehst du mal da nach oben. Die Schere auch. Ähm. So. Die Kohle auch. Da. Gut. Ein Huhn haben wir schon. Die Ente passt nicht dazu. Nein. Äh. Wo haben wir noch einen Huhn? Huhn. Das da vorne ist was? Ein Pilz. Ein Hase. Du gehst mal weg. So. Jetzt dachte ich schon, der Hase greift mich an. Oh schön. Aber wir haben zu wenig. So. Platz. Das ist unser Abfall. Noch einer der blöd angehört. So. Ähm. Wir nehmen die nicht mehr mit. Bis wir Platz haben. Da ist heilendes Wasser oder so etwas. Und da ist eine Spinne, die einen Hut anhat. Nämlich eine Badeente. Monster Hunter. Okay, das ist ein Creeper, äh Creeper, der Boss ist. Ah, da ist ein Huhn gestorben. Oder so etwas ähnliches. Hm. Sofort schnell, ähm, ins Nest gehen. So. Das ist gut. Das ist angenehm. Ah, schön. Keine Monster. Nein, nein, nein. Ein Enderman. Aber der hat sowieso ab. Nach einiger Zeit. Wir brauchen einen Huhn. Wer hat das Huhn getötet? Sonst müssen wir Eier. Was ist denn das für ein Bug? Fällt einfach das Zeugste raus aus dem Hinter. Hm. Ja, sonst müssen wir wirklich zu viele Hasen. Ah, da ist es. Boah. Hey. Wie schießt ihr? Boah. Irgendwie so ein bisschen etwas, ähm, schlecht. Also, vom Ding her. Von der Abfolge. Irgendwas schlecht. Keine Ahnung. Die können doch nicht dreimal hintereinander schießen. Oder ist das ein Mod? Ich finde solche Mods echt frech. Na gut, dann haben wir auch keine zweite Maus. Dann müssen wir warten, bis das andere Eier liegt. Wieso so viele Karnickel? Ich muss das mal den Mod noch ein bisschen umstellen. Das ist nicht so viele Spawn. So. Also, da gehen wir mal zum Spawn. Da ist auch eine Ente. Können wir die Ente eigentlich züchten? Kommen die überhaupt? Da haben wir nämlich zwei Enten. Nein. Schade. Okay. Also. Als erstes mal zurück gehen. Und dann mal die Mod-Optionen, ähm, aufmachen. Ah, da ist ein Huhn. Okay. Ähm. Machen wir das kurz hier. Mod-Option. Test. Test 2. Nein. Dann Optionen. Ähm. Was? Das kann man nicht mehr umstellen, oder was? Das ist nicht frech. Die haben das rausgenommen, oder was? Dann muss ich das austauschen am besten, oder so. Hm. Wenn ihr wisst, wie man da die Tiere, ähm, so umstellen kann, dass die nicht mehr so oft spawnen. Das wäre toll. Weil die sind schon ein bisschen zu viel, vor allem die Bären. So, du Huhn. Kommst du mal mit? Was legen wir raus? Snowball. Berries. Brauchen wir nicht. Komm. Ja, komm jetzt. Bisschen doben als Huhn. So, komm jetzt. Ja, gut. So. Du musst hier durch. Und dann hier rein. Komm. So. Komm. Gut. Dann haben wir schon mal ein junges. So, der. Ach komm schon. Hallo. Ich pack nicht herum. Es sind zu viele Mods, die wahrscheinlich die Performance, die den Arbeitsspeicher recht kacke machen. Und dann. Runtersetzen. So. Ähm. Hier noch. Hier kommt auch nichts raus. Okay. Von mir aus. Gut. Ah, hier kommen wir raus. So. Und der Garlic. Das ist auch weg. Einen. Oh nein, drei. Wollen wir ein paar Garlic anpflanzen? Wieso nicht? So. Und der Garlic. Gut. Also. Hier könnten wir auch noch ein paar Körne sammeln. So. Und dann haben wir hier nochmals zwei Weizen. Ach, geh bitte weg. So. Wo sind die Blumen? Die können wir mal hier pflanzen. So. Und die anderen Blumen sind wo? Wasserartischoke. Hm. Okay. Die haben wir gar nicht. Ah, da ist es. So. Als erstes machen wir mal noch Kisten. Ähm. Okay. Wir haben alles Holz verbraucht. Dann muss ich mal hier ein paar Sachen, die ich schon drin habe, reintun. Hm. So. Dann. Ähm. Baumfällen am besten. Ja. Ich denke wir machen hier weiter. Noch ein bisschen. Nicht den Wald. Ja. Da natürlich viele Monster drin spawnen. Da natürlich viele Monster drin spawnen. Und so unten alles vielleicht lieber weg machen. Weil wir haben ja auf der anderen Seite auch noch Wald von dem. Mal schauen wie wir das machen. so. Aua. Arschbotenlandung. So. Hier haben wir noch etwas von diesem Baum. Können wir auch dort noch ein bisschen weg machen. Können wir auch dort noch ein bisschen weg machen. Ein Ei. Okay. Ja. Jetzt ist plötzlich hier auch noch ein Huhn. Komm. Einsammeln. Äh. Wir haben gerade keine Körner. Sode. Lol. Da kommt noch gerade eine Gerste. Was ist das? Ein Reis. Okay. Sieht so Reis aus. Hm. Also als erstes mal. Die Schaufel wieder hoch. Die Schaufel kommt hier hin. So. Also komm mal mit Huhn. Komm. Du gehörst hier oben ins Käfig. Haha. Ins voll geiler Käfig. Was? Ah, die verlieren wahrscheinlich Fäden durch ein Mod. Okay. Ja, okay. Also hier machen wir eine Leiter hin. Ach komm schon. Weg da. Nein. Pff. Hallo. Ach. Ihr seid so schlecht im Wegfindung. Das ist eine Qual. Eine schlimme Qual, was da Microsoft gemacht hat. Hallo. Wo seid ihr? Ich hab doch gesagt, ich soll nicht da hin. Ah, Mann. Dieses... Hier nervt es schlimm. Also hier nervt es richtig fest. Dass die Kai halt nicht so ist. Und auch nicht nach oben gebohrt wird. Also so. Jetzt geht mal... Jetzt ist mal weg hier. Das kommt runter. Das geht hoch. Ähm. Das geht runter. Das geht hoch. Ähm. Das geht hoch. So. Nein, nicht das hier weg. Das. Ja. So ist gut. So will ich es auch haben. Es regt schon ein bisschen auf. Ich hätte da tausend Mal besser hingekriegt. Gut. Okay. Da wir nicht so viel, ähm, Ding brauchen. Wintersquash könnten wir sonst rausnehmen. Das ist ja kacke aus. So. Ähm. Das ist noch fertig. Hm. Also wir machen Bären Sachen. Dafür brauchen wir ein bisschen mehr Eisen. Aber das haben wir ja. Ähm. So und so und... Ich weiß jetzt nicht genau wie das geht. Ähm. Wo haben wir die Sachen vom Harvest Craft? Ja. Nicht vom Towncraft. Towncraft nervt langsam richtig mit der Anzahl von Items da nochmals. Wow. So viele Items bei Towncraft. Haha. Harvest. So. Schaut mal, was wir machen können. Auch hier. Bäume setzen. Wo ist es? Das da. Ja. Hä? Okay. So. Ähm. Ja. Jetzt eine Kiste machen. Was ist denn das? Ah. Braune Wolle. So. Die braune Wolle machen wir mal hier hin. So. Und zwar beim Garten. Hier werden wir noch den Garten machen. Hier. Dann machen wir die Kiste hier. Alles, was so mit dem Ding zu tun hat. Nein, Salz nicht. Das. So. Und von oben kommen die Kerne noch runter. Kerne, Kerne, Kerne. Das auch Seeds. Das. Einen Apfel. Einen Apfel. Einen Apfel lassen wir hier. Blue Flower. Amber ist denn kein Kern. Wolfsbane Seeds. Flower. Rice. Das. Okay. Äh, nein. Das machen wir nicht hier rein. Das auch nicht. Das nicht. So. Und der Rest kommt hier unten hin. Genau, deshalb greife ich nicht an, weil der Creeper eventuell nicht richtig zurückgeschleudert wird dank dem Mod, der Überforderung von Minecraft. So. Also als nächstes machen wir das mit dem, ähm, Towncraft. Äh, die Tiere müssen noch rein. Und andere Schmarren. Und andere Schmarren. Danke, sehr toll. Ähm, steheb du mal. Der hat ein Level Up. Unmöglich, ey. Unglaublich. Wie soll man das, wie soll man das so schaffen? Ich hasse das. Alle meine Items weg, oder was? Verdammt, was ist denn das? Unmöglich. Okay, ich werde für nächstes Mal die Items wieder herschilden, wenn ich weiss wie. Das geht mir gar nicht. Was soll ich denn machen gegen den Zombie? Den schaffe ich ja nicht mal mit Vollequip. Elendiges Zeugs. Da haben wir ein paar Morde irgendwas wollen eingebauen und haben es ohne Verstand zu, ähm, Balancing es einfach mal gemacht. Voll schlechter Mod. Ich weiss nicht, wo meine Items sind. Ja toll. Er tötet sogar noch andere Gegner. Und andere, ähm, Kühe und so. Also, ich gebe es jetzt gerade mal auf. Schau mal, welcher Mod das war und schmeiße ich den raus. Das ist wieder mal etwas von der schlimmsten Sorte. Ich kenne den Mod von Hexit, aber der wurde ja noch verschlimmert. Ist einfach nur unfair. Mist. Nun gut. Ich beruhige mich jetzt mal ein bisschen. Ja, Soul Frey 3 Minuten 20, genau. Und was heisst das? Keine Ahnung. Also bis dann. Tschüss. So, ich habe mich ein bisschen beruhigt. Wir schauen nochmals, ob die Items irgendwo sind. Wir essen halt dieses Gemüse. Ja, die geben gar nichts. Also eben, die Items sind weg. Ja, da. Was ist denn los? Muss ich noch Keep Inventory anmachen? Wenigstens die EXP ein bisschen zurück. Hä? Wo sind die hin? Wo sind die Items hin? Ach, Menno. Also ich scheiße meinen Part an und Cheatzy halt wieder zurück und schaue, dass ich den Matras machen kann. Ähm. Sonst irgendwie weiss ich nicht was. Die kommen einfach, töten mich und fertig. Ach Mist. Ja, ja gut. Also Dankeschön fürs Zuschauen dieses Partes. Und auf Wiedersehen. Bye.